Im ersten Halbfinale dieser Saison konnte sich der 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Saarbrücken mit 2 zu 0 durchsetzen, ins DFB-Pokalfinale einziehen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Lautern hat tatsächlich mit und gegen den Ball im 4-2-3-1 agiert. Hier sehen wir es gegen den Ball. Wenn Saarbrücken den Ball hatte, hat man sich eigentlich in einem Mittelfeldpressing zurückgezogen. Nicht ganz tief, aber man hat sie auch ganz klar nicht vorne attackiert, um ihnen Räume hinter der eigenen Abwehr zu geben. Also man hat wirklich abwartend agiert. Saarbrücken hatte da auch oft den Ball, so wie in dieser Szene. Die haben in einer klaren 5er-Kette agiert. Im Ballbesitz wurde es dann zu einem 3er-Aufbau, wie wir hier sehen können. Die Schienenspieler sind dann relativ hoch geschoben, wobei die im Aufbau auch noch relativ flach waren. Man hat es jetzt nicht allzu riskant gelöst. Meistens sehen wir auch hier auf der rechten Seite markiert. Hat man versucht, da den linken Verteidiger mit Pochatz von Kaiserslautern zu überladen in einer 2-gegen-1-Situation. Da ist dann der rechte Halbraumspieler aus der 3er-Offensive und der rechte Schienenspieler oft gemeinsam gewesen. Sehen wir auch in dieser Szene erneut. Da sehen wir auch ein Riesenloch zwischen Abwehr und Mittelfeld. Das ist aber bewusst so kreiert worden von Saarbrücken. Die haben den Ball hinten meistens quer gespielt in dem 3er-Aufbau, um dann halt eben lange Bälle nach vorne zu schlagen. Vorwiegend eben über die rechte Seite. Das sehen wir hier auch statistisch belegt von SofaScore, also dass man die meisten Angriffe wirklich über rechts gefahren ist. Einfach weil man da meistens die Überzahl kreiert hat. Die Seite von Puchatz überladen wollte. Der defensiv jetzt nicht unbedingt der stärkste Außenverteidiger ist. Vor allem im Vergleich zu Touré auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz war es in dem Spiel so ein bisschen eine verkehrte Welt. Denn Puchatz hat es tatsächlich ganz gut verteidigt. 4 von 5 Zweikämpfe am Boden gewonnen. Also an sich eine gute Idee, aber geklappt hat es in dem Spiel nicht. Und der andere Außenverteidiger rechts mit Almami Touré ist ja eigentlich eher defensiv stark. Hat in dem Spiel aber mit einem Tor und einer Vorlage wirklich offensiv maßgeblichen Anteil am Sieg gehabt. Kaiserslautern hat im eigenen Ballbesitz, wie vorhin erwähnt, in einem klaren 4-2-3-1 ebenfalls agiert. Allerdings gab es da kaum Bewegung und so hat man sich gar keine Chance in der ersten Halbzeit rausgespielt. Gegen das tiefe 5-4-1 Abwehrballwerk von Saarbrücken. Die haben auch keine Anstalten gemacht hoch zu pressen oder mal in den Mittelfeldpressing überzugehen. Die standen immer tief. Aber Kaiserslautern hat es auch überhaupt nicht mutig gespielt. Da war kaum Bewegung drin, vor allem von den Spielern ohne Ball. Und so kam man dann halt überhaupt nicht zu Chancen. Und genau das zeigt sich auch in dem Angriffsmomentum. Zeigt so ein bisschen, wie viel Druck der jeweilige Verein in der jeweiligen Phase des Spiels ausgeübt hat. In der ersten Halbzeit sehen wir Saarbrücken so ein bisschen. Also die waren auf jeden Fall mehr am Drücker. Hatten auch ein paar Halbchancen. Und von Kaiserslautern kam halt überhaupt nichts. Gut, vom Ergebnis war es halt weiterhin ein 0 zu 0. Also hat ihnen nicht allzu viel geschadet. Und dann gehen wir eben auch in die zweite Halbzeit über, die wir hier auch schon sehen können. Und da sehen wir einerseits, dass Lautern selbst mehr am Drücker war. Aber auch, dass Saarbrücken kaum noch nach vorne kamen. Was in zwei Änderungen der Herangehensweise von Lautern zu begründen ist, die wir uns jetzt nochmal anschauen. Zunächst hat man auf jeden Fall Mutiger im eigenen Ballbesitz gespielt. Hier sehen wir die Entstehung des 1 zu 0. Da haben wir wieder das 5-4-1 von Saarbrücken. Allerdings dribbelt man jetzt auch mal aktiv an. In dem Fall mit dem 6er Nihüs. Saarbrücken ist auch nicht wirklich kompakt. Das Zentrum ist geöffnet. So kommt 10er Marlon Ritter wieder in der klaren 4-2-3-1 Struktur entgegen. Und zieht somit halt auch einen Abwehrspieler aus der 5er Kette hinten heraus. Sonst könnte er einfach ohne Druck aufdrehen. Dementsprechend übt Böder Druck auf ihn aus und gewinnt den Ball auch. Allerdings kommt er wieder zu Nihüs. Der spielt dann raus auf Almami Touré, der sich vorhin von rechts hinten nach vorne geschlichen hat. Dann rechts die Breite besetzt. Dementsprechend hat er keinen Gegenspieler. Wir sehen im Zentrum haben wir eine 4-gegen-3-Situation. Also Saarbrücken ist eigentlich noch in der Überzahl. Aber weil halt Touré draußen den Ball erhält, muss einer draufschieben. In dem Fall der linke Schienenspieler mit Gauss. Somit hast du dann im Zentrum eine 3-gegen-3-Situation. Kann man eigentlich dennoch noch verteidigen. Nichtsdestotrotz gute Flanke von Touré. Dann kommt Marlon Ritter tatsächlich zum Kopfball. 1,73 Meter gegen Seitz von Saarbrücken. 1,80 Meter. Also beides nicht unbedingt die größten Spieler. Ritter setzt sich durch. Der Kopfball ist jetzt natürlich nicht der beste. Aber der Rasen spielt auch nicht unbedingt mit. Sonst war er auf der Seite von Saarbrücken. In dem Fall nicht. Schreiber sieht unglücklich aus. Und Kaiserslautern geht dann eben in Führung. Aber im Endeffekt war sowohl dieses Tor als auch das 2-0 von Kaiserslautern dann schon vermeidbar. Das waren jeweils Kopfbälle. Beim 2-0 sogar eine Standardsituation. Und genau die musst du halt als Außenseiter der Saarbrücken dennoch, wie ich finde es schon war, verteidigen. Haben sie nicht geschafft. Und dementsprechend hat es dann am Ende nicht gereicht. Auch weil es Kaiserslautern mit ihrer sehr pragmatischen Herangehensweise von Friedhelm Funkel dann gut runtergespielt hat. Sie haben aber schon zur Halbzeit reagiert. Und gegen den Ball eher in einem 4-4-2 agiert. Einfach, dass die Flügelspieler etwas tiefer waren. Und vor allem auf der linken Seite dann Puchat mehr unterstützt wurde. Dass er nicht mehr so krass überladen wurde. Und man dann eher eine 2-gegen-2-Situation hatte, wie eine 2-gegen-1-Situation. Und sowohl nach dem 1-0, aber vor allem nach dem 2-0 hat man das dann deutlich klarer gesehen. Man hat tiefer verteidigt. Saarbrücken hatte dann auch deutlich mehr Ballbesitz. Man sieht ja klar das 4-4-2. Und sie haben dann zwar noch eine Chance oder zwei, aber es hat am Ende einfach nicht gereicht. Lautern hat mit der defensiven Herangehensweise dafür gesorgt, dass Saarbrücken mal von der eigenen Medizin schlucken musste. Und auch wenn es überhaupt nicht schön anzusehen war, war es halt am Ende erfolgreich. Ist natürlich die Frage, wenn das 1-0 so nicht fällt, wenn Schreiber den einfach pariert. Was dann passiert, dann wird es glaube ich schon nochmal ein anderes und längeres Spiel. So konnte sich Lautern durchsetzen. Im Endeffekt nicht unbedingt verdient. Ich glaube, Saarbrücken hatte die besseren Chancen. Muss hier überhaupt nicht rausfliegen. Dafür kamen sie jetzt schon ein paar Mal glücklich weiter. Außer gegen Frankfurt, da war es glaube ich verdient. Aber gut, so zieht ein Zweitligist dennoch ins Pokalfinale ein. Ist trotzdem irgendwie eine Überraschung, auch wenn man hier nur die Wahl zwischen einem Zweitligist und einem Drittligist hatte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.